So gefällt mir das Ganze schon besser. So den noch, na ach, falsche Taste natürlich. So schnell war ich mit der Mission hier noch nie fertig. Es hat immer Ewigkeiten gedauert. Ja, super. Quests abgeschlossen, weg damit, abgeschlossen, weg damit. Jetzt brauche ich noch ganz viele Tots. Wie viele Viecher das hier halt einfach sind. Ach, die Horse Stone Piece. Kann ich mir wieder so ein Ding machen? Bevor ich es vergiss. Schade, ich dachte, das ist nicht aggressiv. Hm. Wieso ist der jetzt nicht aggressiv? Jetzt ist er erst aggressiv. Neben ihm ist sein Bruder gestorben, das hat ihn nicht interessiert. Erst wo ich zu nah gekommen bin. Eieieiei. Sinnvoll. Eieiei. Sinnvoll. Gut, gut. 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 Da noch einen, dann brauche ich noch einen, und dann bin ich fertig. damit also erst einmal hier am strand sich noch schön gut dann machen wir noch mal ein solches und dann geht es an die lizards deaktivieren ok die halten auf jeden fall schon mehr aus auf geht's gefühlte jeder krieger gibt es quest item zwei noch also jetzt bei quest items schön schön und bald wieder level ab da endlich wieder welche nachgespawnt 1 und dann nämlich den hier zwei aber ich brauche immer noch zwei zwei mal die das leder oder wie die schuppen keine ahnung wie man es nennt die skin die haut auf geht's jetzt gibt es mass waren was seid ihr für etzer für geizige eidechsen mir nicht freiwillig eure haut zu geben schön passt das ist abgeschlossen also ein teil davon jetzt noch ok speckle das sind die grünen dann oder ja da ist bangoli dann nehmen wir die idee angry und dort normale sehr schön wie viel munition haben wir noch ach genug so bald wieder level ab das habe ich abgeschlossen jetzt brauche ich glaube ich bloß noch die englis da gibt es irgendwo ganz viele das reggae braucht man glaube ich auch ja dann machen wir doch auch mit schiff reggae ist was das sind dann auch noch englis dinge da noch 20 prozent das heißt um die 20 von diesen ungeheuer noch besiegen dass der außenrum läuft und nicht einfach drüber obwohl es schon fast drüber war egal mir kann es egal sein zweimal freggy noch einmal noch sehr schön und wieder eine quest abgeschlossen schnell das doch geht wenn man ein bisschen langsamer macht gut haben wir dann red fox aber noch irgendwas da was man ist kann ich noch das kann ich auch aktivieren ja gut auch das ist ja gar nicht wütend auch das ist ja gar nicht wütend es sind wieder name die drehen sich so oft bis sie irgendwann einmal endlich liegen bleiben ja hat mich gerade jetzt voll an den name erinnert und die memes vom name aber schon wird sie wie oft sich der herum dreht wie viel brauche ich jetzt da noch dreimal leder noch von denen also dauert noch werden wir auf jeden fall level up hallo die missionen bangoli da werde ich noch ein bisschen worten weil das halt echt schwierig ist irgendwie alleine sehr schön das abgeschlossen hier braucht man immer noch ein angry 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 kein angry so haben wieder welche beziehungsweise erst mal einer so jawohl perfekt aber das ist jetzt auch geschafft dann brauche ich jetzt noch die niederung und dann kann ich gleich den ding auch abgeben ok machen wir so wie der ist gar nicht aggressiv